Hallo liebe Follower, lange nicht mehr gesehen. Ja, ich habe mich ein bisschen rar gemacht über die Winterszeit. Es hat sich da auch einiges getan und davon möchte ich euch in den kommenden Wochen und Monaten berichten. Gleich mal vorab, wenn am Anfang bei mir das eine oder andere in den Videos mit den Einstellungen noch nicht so ganz top sein sollte, bitte ich mich um zu entschuldigen. Ja, mein Gimbal, was ich mir damals mal geholt hatte von DJI, das hat leider einen Geist aufgegeben. Da ist was abgebrochen. Es gab kein Ersatzteil. Ein 150 Euro Teil. Wop, ab im Schrott. Jetzt arbeite ich mit einem neuen Gimbal von der Firma FanJu. Ja, es ist gewöhnungsbedürftig. Es ist ein bisschen anders wie das, was ich vorher hatte. Also wie gesagt, wenn da gleich am Anfang nicht alles so klappt, wie es klappen sollte. Es ist anders gedacht und es wird mir in der Zukunft mit Sicherheit auch besser werden. Es hat sich so einiges getan. Ich war in einer Klinik in Kassel. Ja, und dabei wurde ich von den Medikamenten her ein bisschen umgestellt. Ich nehme jetzt auch ein Modemedikament, Munjaro. Das ist unter anderem in erster Linie für Diabetes gedacht. Hat aber auch den Nebeneffekt, dass das Höllegefühl für den Magen wieder besser ausgesteuert wird. Und im Gegensatz zu anderen Medikamenten soll das dadurch, dass mehrere Punkte angesprochen werden im Magen-Darm-Bereich auch so sein, dass das nicht irgendwann wieder verfliegt, sondern eigentlich zu einer Permanente, wo sich die tiefen Beeinflussung führt, wodurch ich natürlich auch Gewicht verlieren soll. Zu dem Thema komme ich später nochmal. Da mache ich nochmal ein extra Special raus, weil mit dem Medikament umzugehen ist nicht gerade einfach. Ja, und auch sportlich soll es wieder weitergehen. Mein Plan ist es eigentlich, dass ich gerne so vier bis fünfmal die Woche gerne zumindest wieder erstmal Walking machen möchte. Langfristiges Ziel ist eigentlich, so sage ich meine zweiten Jahreshälfte, das ist zum Herbst, Winter hin, dass ich wieder mit dem Laufen anfangen kann. Wäre ein schöner Traum. Ob es funktioniert, weiß ich nicht. Ich sage mal so, nach dem ganzen ärztlichen Borei, was ich jetzt über den Winter getrieben habe, ist es durchaus eine gute Chance, dass es dieses Mal wieder klappen könnte, dass diesmal für alles funktionieren könnte. Wenn nicht wieder irgendwo im Hintergrund irgendwas schief geht und irgendwelche Organe oder sonst irgendwas sagen, lass doch besser mal die Finger von. Gut, aber das kann ich nicht voraussehen. Ich kann nur versuchen, das Ganze so gut wie möglich irgendwie zu beeinflussen. Auch was das Thema Ernährung angeht, wird sich einiges tun. Ich koche ja schon seit geraumer Zeit für mich selbst und verzichte so gut wie es geht auf irgendwelche industriell verarbeiteten und zugesetzten Produkte. Ja, da habe ich jetzt mittlerweile einiges an Rezepten angesammelt und das eine oder andere werde ich mit Sicherheit auch in meinem Blog vorstellen. Seid gespannt, was da kommt. Die Ernährung wird in erster Linie leicht in die vegetarische Richtung sein. Ein bisschen was mit Fisch, ein bisschen was mit Wild oder Geflügel. Wenig vom Schwein, wenig vom Rind, weil da sind halt immer noch Stoffe drin, die halt die Entzündungen befeuern. Und ich sage mal so, ich habe leider mit Schmerzen genug zu tun. Und da muss ich nicht noch irgendwas in mich reinstopfen, was das Ganze nur noch schlimmer macht. Ja, und nebenbei habe ich mich auch noch ein bisschen um mein Haus zu kümmern. Ja, wenn ich meine Wohnung angucke und da reinkomme, es sieht ein bisschen aus wie in einer Schrottsammlung. Ja, meine Eltern haben da fast 50 Jahre drin gewohnt. Vor längerer Zeit ist dann meine Mutter auch verstorben. Und ich habe dann die Wohnung entsprechend übernommen. Und ja, ich sage mal so, man hat es gemerkt, dass mit der Rente nicht mehr wirklich was gemacht worden ist. Vieles ist eigentlich kaputt, morsch. Es haben sich viele Sachen irgendwo angesammelt, die entrümpelt werden wollen. Das zieht sich sogar so weit mit hin, dass eigentlich das zweite Obergeschoss komplett nur mit irgendwelchen Sachen vollsteht, die ausgemistet werden wollen. Das werde ich jetzt so nach und nach angehen. Das eine oder andere werde ich reparieren. Ich sage mal so, die ganze Zeit lang irgendwelche 30, 40 Jahre alte Tapeten sehen, ist auch nicht mein Ding. Auch das werde ich dann mit der Zeit mal in Ordnung bringen. Bodenbeläge müssen neu gemacht werden. Eigentlich das Einfachste wäre, das Haus abgerissen und neu aufgebaut. Aber dafür fehlt mir die Zeit, dafür fehlt mir das Geld. Ich mache halt das, was ich machen kann, so peu à peu. Auch davon wird man mit Sicherheit in meinem Blog so zwischendurch immer wieder mal was sehen. Ja, und es wird dieses Jahr wieder auf Touren gehen. Ich habe die eine oder andere Burg ausgemacht, die ich mal gerne sehen möchte. Besser gesagt, viele Ruinen, die dazwischen sind. Auch anderes Sehenswertes, einige Wanderwege. Es wird wieder Tagestouren geben, es wird wieder Ausflug geben, von denen ich euch berichten werde, was es da Wunderbares zu sehen gibt. Also seid gespannt. Es wird auf jeden Fall für jeden irgendwo was mit dabei sein. Ja, was ich auch auf jeden Fall noch suche, ist jemanden, der Lust hat, ab und zu mal bei der einen oder anderen Tour oder bei den anderen oder anderen auf der Thermothek dabei zu sein. Quasi als Kameramann, als Begleitung oder als jemand, der im Video ab und zu mal auftaucht. Wenn du selber irgendwo einen Blog führst oder irgend sowas in der Richtung machst, kann das natürlich auch Gegenseitigkeit erfolgen. Ich sage mal so, bei manchen Sachen, die ich gerne machen möchte, ist es halt praktisch, wenn man nicht gerade alleine rumtouren und diese Sachen alleine unternimmt. Also wenn du Lust hast, dann tu mich einfach, Herr PM, in den Netzwerk, wo du dir dieses Video siehst, anschreiben und melde dich bei mir. Und naja, vielleicht kommen wir ja zusammen. Vielleicht kann man ja ab und zu mal zusammen das ein oder andere machen und erleben. Ja, wer sich in meiner Gegend so ein bisschen auskennt, weiß, dass ich euch heute gerade jetzt eben auf dem Morgenspaziergang mitgenommen habe. Ja, so ein bisschen zwischen Werra und Werrateil sehen, so eine kleine Runde. Und irgendwie sagt meine Uhr mir, ja, die 10.000 Schritte sind auch langsam voll. Also das heißt Frühstückszeit. Ja, ich bin dann wieder in meinem Auto. Ende der Runde. Zeit fürs Frühstück. Ich bin in meinen E-Corsa angekommen. Darüber werde ich auch noch berichten, wie das ist, ein E-Auto zu haben und was das für Vor- und Nachteile hat. Und das wird auch alles demnächst noch in meinen Vlog reinkommen. Das heißt, es wird sehr viel kommen. Ich habe sehr viel Content, was ich bieten kann. Und ja, das Einzige ist, ich muss immer die Zeit finden, dass ich was machen kann. Ich habe da auch noch einen Beruf nebenbei und der möchte auch meine Gesundheit und die Stars und die. Ach, ich kenne es doch alle selber. Aber es wird da das ein oder andere in der nächsten Zeit auf jeden Fall kommen. Bleibt spannend. Bleibt bewegt. Bleibt gesund. In dem Sinne, ich wünsche euch heute noch einen schönen Sonntag, guten Frühstück und haut rein.